Zum 26. Mal lädt der Landkreis Elbe-Elster ein zum Internationalen Puppentheater-Festival. Von tiefgründigen Stücken bis hin zu avantgardistischen Inszenierungen reicht in diesem Jahr das Angebot des Festivals. Zahlreiche Spielstätten im gesamten Landkreis Elbe-Elster warten vom 20. bis 29. September auf ihre Gäste. Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr in der Aula des Melanchthon-Gymnasiums in Herzberg-Elster. Am 27. September findet zudem auch in diesem Jahr wieder eine lange Nacht des Puppenspiels in Bad Liebenwerda statt. Höhepunkte sind in diesem Jahr ein Gastspiel des Theater Corona aus Leipzig mit einem Puppenspiel über Gerhard Gundermann am 22. September in der Luise in Domsdorf und ein Gottesdienst mit Puppenspiel am 29. September in der St. Nikolaikirche in Bad Liebenwerda. Den Spielplan des gesamten Festivals inklusive der Möglichkeit der Ticketbestellung